Siegwerk Ventures ist der Company Builder von Siegwerk. Das Siegwerk ist einer der Marktfahrer für Druckfarben in der Verpackungsindustrie. Zum Beispiel stellen wir hier die goldene Farbe her und auch alle andere Farbtöne und das auch ganz ganz vielen verschiedenen Produkten. Sie sind ein typischer Hidden Champion, 190 Jahre alt, 100 Prozent in Familienbesitz und ruhen uns aber nicht auf den Lorbeeren aus, sondern gehen die Herausforderungen der Zukunft an und in unserer Branche sind das Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Die Stärke von Siegwerk Ventures ist die Kombination einerseits aus der Finanzpower und der dekadengereiften Erfahrung und Know-how im Bereich Druckfarben der Verpackungsindustrie in Kombination mit dem Spirit und der Agilität von Startups. Besonders leidenschaftlich bei Siegwerk Ventures bin ich, weil wir ein globales, hochrelevantes Problem haben. Die Plastikverschmutzung der Umwelt, der Verbrauch von fossilen Rohstoffen wird im Bereich Kunststoffverpackungen nur durch die Circular Economy gelöst und wir leisten mit Siegwerk Ventures einen relevanten Beitrag. Wir suchen weitere Mitarbeiter im Siegwerk Ventures Team, die sich vor allem dadurch auszeichnen, dass sie selbstständig arbeiten können, neugierig sind, organisiert, dynamisch und begeisterungsfähig sind und einfach intrinsisch von unserer Mission motiviert sind. Das Ziel von The Inking ist, dass wir Verpackungsfarbe von flexiver Verpackung runterwaschen wollen und somit eine Recyclingfähigkeit von Abfällen ermöglichen wollen. Also was machen wir aktuell? Wir müssen zum einen schauen, woher bekommen wir die Materialien, also unsere Verpackungsmaterialien und zum anderen müssen wir wissen, wer ist eigentlich unser Kunde, also das Rezyklat, was am Ende, was wir herstellen, wer möchte das eigentlich kaufen. Ich glaube zum einen wäre ich natürlich super traurig, weil das Team mir total ins Herz gewachsen ist und weil wir da einfach schon total viel erlebt haben. Zum anderen glaube ich, dass das The Inking-Thema super zukunftsweisend ist und bin total gespannter darauf, das mitgestalten zu können. Ich suche ambitionierte junge Studenten, die Lust haben, das ganze Thema Recycling und Nachhaltigkeit voranzutreiben und hier wirklich was zu verändern. 3 Untertitelung des ZDF, 2020